Europa hat Fortschritte gemacht, die Richtung stimmt, aber die Geschwindigkeit ist unterschiedlich. Dänemark, die Niederlande, Schweden, Finnland, die auch weltweit digitale Spitzenreiter sind. Kroatien, Portugal, Rumänien liegen zwar nicht vorne, aber haben im Vergleich zum letzten Jahr die größten Verbesserungen erzielt. Wir müssen über die Gigabyte Society sprechen. Dieser zwölfspurigen Autobahn für Datentransporte in Netze zu investieren, heißt Milliarden in die Hand zu nehmen. Die öffentliche Hand kann dies längst nicht ausreichend tun. Der private Investor steht im Mittelpunkt. Die Telekom-Unternehmen stehen im Mittelpunkt. Die Modernisierung unserer Telekom-Gesetzgebung eine erste wichtige Angelegenheit ist. Jeder Quadratmeter Europas muss in den nächsten Jahren online werden. Wir brauchen eine panneuropäische, flächendeckende Konnektivität und stimmen gemeinsam mit den Mitgliedstaaten unsere Finanzierungsinstrumente mit der Europäischen Investitionsbank, den nationalen Haushalten bestmöglich ab. Jeder Europäer kann Mitglied im digitalen Team werden und damit die Aufholjagd unterstützen und erreichen, dass Europa im digitalen Zeitalter zwischen den USA und den Asiaten nicht in der Sandwich-Position erdrückt wird. Untertitelung Cloud computing, for instance, will not flourish if users lack skills. Smart devices are useless if there is no physical infrastructure they can rely on. We are committed to breaking down barriers for industry to grow through innovations and great business ideas. There is no time to waste. Digitalisation comes with the promise of growth and jobs and we want to capitalise on that. Our presidency aims to involve stakeholders in making the right decisions on what Europe truly needs. We are now gods. We are committed to creating social media.